happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei WeltworkGamble ich spiele heute Mech Arena denn heute ist mittwoch im Mech Arena und ich würde mal sagen wir werden sofort mit Wettbewerb anfangen viel spaß und die erste Runde geht los 5 gegen 5 wow schon lange nicht mehr gespielt 5 gegen 5 Aufnahmen, sind schneller bitte Ui, ich vergangs Ui, der hat auf mich geschossen hier. Kann doch nicht wahr sein. Hä? Treffe ich nicht? Bisschen verwirrt hier. Der ist über mir. Ich habe nämlich gekriegt. Hä? Ich war unter der Brücke? Ich war noch unter der Brücke? Wie soll das gehen? Ja, egal. Ui, halbes Leben weg. Das sind kaum mehr. Alles gut. 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 und wieder kein kill Immer noch nicht. Es kann doch nicht wahr sein. Trotzdem geworden. Das hab ich ihm gemacht. Ich hab die ganze Zeit nur Schaden gemacht. Aber keinen getötet. Geh in Kiel. Aber der eine nicht getötet. Der war oben auf der Brücke. Ich war drunter. Und ich bin gestorben. Ha. Das weiß ich nicht. Kein Assistent. Keine Tötung. Boah. Alter. Was? Vorletzter. Okay. Da geh ich mal zu nichts. Und die zweite Runde geht los. Startet wir mit dem hier. Und die zweite Runde geht los. 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 ich habe wenigstens ein kill das zweite kill oh ja Oh! Also diesmal sieht es ein bisschen besser aus als vor der Zettung gestürmt. Hm, 16 zu 10. Jetzt haben wir mal einen anderen. Den haben wir noch nicht gehabt. Ey, nein. Daumen kaputt. Ne. Okay. Okay. Hm. Okay. Weil sie Ember kann, ne? Den großen Radius. blowing. Ich bin garde. Ja. Den denken, er hat es jede Menge übrig. 13 zu 12 der war noch besser als ich die meisten tötungen und wie sieht es aus welchen platz zweitbester insgesamt drittbester also dann letzte runde und da werden wir jetzt mal richtig reinhauen die letzte runde ich würde das eigentlich auch noch spielen aber es ist so warm hier in der wohnung die wohnung hab dachgeschoss wohnung und katastrophe ach nö nicht so einer kann doch nicht wahr sein so 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 Das war's. Das war's. Ach, nee. Noch ein Bot hab ich. Das war's. 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 Das war's.